Die Auftakt-Regatta der Segler und Surfer am Harzsee gestaltete sich beschaulich. In der Sonne blähten sich die Segel der ersten Boote und das Wasser lockte auch den ein oder anderen schon mal an. Für Halse und Wände werden aber wohl noch ein paar Sonnentage gebraucht, bis der Harzsee dann wieder zum Treff der Wasserliebhaber wird, die teilweise aus größeren Entfernungen in Ubstadt ankern. Die Bilder machen aber schon mal Lust auf mehr. Das war's für heute. Das war's für heute.